Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Autopark Nane, Ihr Peugeot Partner in Osnabrück. Ständig riesige Auswahl an Neu-, Jung- und Gebrauchtwagen. Ja, bei uns jetzt der nächste Neuzugang des VfL Osnabrück, Manuel Farona Pulido, herzlich willkommen. Ja, von Fortuna Köln zum VfL Osnabrück, das muss erklärt werden. Warum? Warum? Naja, im Endeffekt suche ich eine neue Herausforderung und mit dem VfL Osnabrück denke ich, dass das eine gute Adresse ist. Und wir nächstes Jahr, sage ich mal, ein besseres Jahr spielen, als ihr es dieses Jahr gemacht habt. Und deswegen bin ich hier, um zu helfen. Sie hatten ja bei Fortuna noch einen Vertrag bis 2019, haben Sie dann aber im Einvernehmen aufgelöst mit der Fortuna. Sie haben sich da nicht mehr wohlgefühlt oder wie kann man das begründen? Ach, es gab mehrere Dinge, die einfach nicht mehr so gepasst haben. So ein paar Ansichten haben sich auch ein bisschen geändert, so zwischen dem Trainer und mir. Und deswegen haben wir das sein lassen, sage ich mal. Also, aber Sie sind nicht im Streit gegangen, oder? Auf jeden Fall. Also persönlich, mit ihm charakterlich kam ich sehr gut mit ihm klar. Das waren eher sportliche Dinge. Ich habe heute Morgen noch bei der Vorbereitung, als ich erfahren habe, dass Sie kommen, gelesen, einen Bericht des Kölner Stadtanzeigers, die gesagt haben, der nächste Schönegeist, der bei der Fortuna nicht klargekommen ist. Was sagen Sie zu solchen Schlagzeilen? Ach, ich meine, das ist Zeitung. Also, was da geschrieben wird oder nicht, das ist mir eigentlich relativ egal, ob ich jetzt ein Schöngeist bin oder nicht. Ich meine, ich spiele gerne schön Fußball, aber das ist nicht alles. Man muss kämpfen, man muss Gas geben und das werde ich hier halt probieren, weiter so zu vollziehen. Wie würden Sie sich selbst charakterisieren? Wo sind Ihre Stärken, wo sind Ihre Schwächen? Na gut, über die Schwächen werden Sie wahrscheinlich nicht reden, aber Ihre Stärken, wo sehen Sie sich hier auch im Team? Naja, gut, ich muss das Team jetzt erst mal kennenlernen. Also, ich bin ein mega offener Typ. Meine spanischen Wurzeln tragen auch gut dazu bei, dass es halt relativ offen mit mir zugeht. Ich kann Spaß haben, ich Vertragspaß, kann auch austeilen und so bin ich halt drauf, ganz locker. Sie sind Deutsch-Spanier, aber in Kaltenkirchen geboren. Schleswig-Holsteiner, kann man sagen. Ja, Schleswig-Holsteiner, ich nenne mich lieber Hamburger, weil ich meine Zeit mit, also meine Kindheit quasi mit dem HSV verbracht habe, da halt nur Hamburger als Freunde hatte und auch eigentlich jeden Tag beim Training war, mit Kaltenkirchen habe ich eigentlich nichts zu tun. Sie haben die Hamburger Fußballschule genossen, kann man sagen. Da dann sicherlich auch schon die ersten Kontakte seinerzeit dann zu Benjamin Schmedes gehabt, den Sportdirektor des VfL, oder? Auf jeden Fall. Die letzten Jahre habe ich ihn dann halt kennengelernt. Ich glaube, da hat er die Scout-Funktion. Ich meine, da war ich noch ein bisschen jünger, aber von daher kennen wir uns schon, ja. Sie kennen die dritte Liga, kann man sagen, mittlerweile in- und auswendig. Standard-Drittligaspieler in Magdeburg, gehörten Sie zum Stammpersonal und in Köln. Ich sage mal, diese Position werden Sie ja hier weiter fortsetzen wollen, dass Sie sich auch hier natürlich zum Stammpersonal zählen und zu den Schlüsselspielern vielleicht im neuen Team. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin hier nicht hergekommen, um auf der Bank zu sitzen. Ich möchte am liebsten alle 38 Spiele machen. Die Liga wird nächstes Jahr sehr eklig. Und natürlich will ich dazu beitragen, dass wir als Team erstmal zusammenwachsen. Ich glaube, hier ist einiges passiert im Vergleich zum letzten Jahr. Und naja, also ich will jedes Spiel machen und helfen. Was hat Sie überzeugt, dass sich Osnabrück, ich kann mir vorstellen, Sie werden ja auch andere Anfragen aus der dritten Liga oder vielleicht höherklassig gehabt haben. Was spricht aus Ihrer Sicht für Osnabrück? Was hat den Ausschlag für Sie gegeben? Es ist eigentlich immer ganz einfach. Ich finde, ein Spieler muss sich wohlfühlen. Da geht es halt nicht um Geld oder um irgendeinen Kollegen. Es muss im Verein passen. Der Trainer muss sich überzeugen. Also genauso wie der Herr Schmiedes. Und ich denke, das ist einfach eine geile Truppe. Mir war es halt mega wichtig, dass wir eine geile Truppe zusammen haben. Und ich denke, das kriegen wir dieses Jahr ganz gut hin. Also das waren schon die ausschlaggebenden Dinge. Welche Erinnerungen haben Sie hier an das Stadion? Eine gute. Also ich musste, wenn ich jetzt vergleiche, ich war in Magdeburg, da war es, ich glaube, mehr geht nicht. In Köln viel weniger, sage ich jetzt mal, um in die Nahtreten zu wollen. Ging auch nicht. Also ich freue mich hier einfach drauf. Die haben einen guten Schnitt hier oder wir haben einen guten Schnitt hier. Und ich freue mich einfach auf die Fans hier. Alles Gute und...